Wer hat Pole Position 2008 hier in Dolle? Christian Brockel. Wer sonst? Unglaublich. Richtig. Unser Landesmeister I. Föhne ist hier auch bei OpenDM. Er freut sich ganz besonders an. Toni Wolf hat auch hier OpenDM weit vorne mit. Mit Dennis Schroeder. Mit Dennis Schroeder ist er nur zweiter. Erste Mal in seiner Karriere. Erste Schaffung mit DJ. Hier in Dolle OpenDM. Platz 1. Jetzt gehts los. Auf 1. Viel Spaß. Platz 1. Da ist Brockel. Reiner aufgehalten. Heute staubt es sehr doll. Da ist Rolli Gelitschke unter die ersten Zehn. Und Toni Wolf. Und Sascha Glas. Brockel fährt außen lang. Eine neue Linie hat er gewählt. Wie letztes Jahr. Dennis Schroeder wieder erster. Bloß jetzt fährt der KTM. Da bringt er dies Jahr über die große Treppe. Nein. Wir kontrollieren nichts. Das ist die Treppe noch viel schlimmer. Und hier kommt schon Christian von ganz hinten. Und unser zweifacher Landesmeister Brandenburg fährt ja auch mit. Die Föhne. Mit der Brockel. Also weit vorne. Er war ja ziemlich schnell da. Jetzt ist er vorbei. Mal sehen. Und jawoll. Er hat es geschafft. Ist an Breon Richer vorbei. Locker hin vorbei. Und jetzt ist schon wieder unter die ersten Zehn. Unglaublich. Christian ist auf Platz 6. Was für etwas. Hier wurden angep таuchten immer noch eins. Dennis. Willkommen Dennis! Christian, pull position. Christoph Bädchen hat einen Start gewonnen. Der Brockel, wie er zählt auch nicht mehr. Oh, ist aber einer abgeflogen. Da ist noch mehr. Die liegen ja alle lang da. Ein schwerer, schwerer Unfall. Nach der Ope geflogen. Der Brockel liegt da drüben. Arbeitet ihn jetzt gut. Das ist doch Fähnchen mit der Sannegriffe vollendet. Ein Affenspieler, der Dennis steht. Wer spricht denn überhaupt noch rüber? Der Erste ist der Zappel. Der Zweiter. Die Kasten aus. Wer ist Dritter? Schröter. Der Zweiter. Da ist Toni Wald. Super Ergebnis. Seine roten Griffe. Vierter. Wird Christian.